So, heute soll es gehen um das Halteproblem, eines der bekannten, wichtigen Probleme der Informatik, ein grundlegendes Problem und ein wichtiges Beispiel für etwas, das man mit Algorithmen nicht mehr lösen kann, also bekanntermaßen ein unentscheidbares Problem. Und warum das so ist, das werden wir in diesem Video genauer sehen und hoffentlich dann auch sehr gut verstehen. Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Markus Krötz und dies sind die Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik in der Online-Vorlesung der TU Dresden. So, bevor ich zum Halteproblem komme, möchte ich aber noch einen kleinen Abstecher machen zur Universalmaschine. Was ist die Universalmaschine? Das war eine wichtige Beobachtung Turings, tatsächlich eine der ersten Beobachtungen, die Turing gemacht hatte, während er, oder gleich in dem ersten Papier, in dem er die berühmte Turing-Maschine definiert hat, war, dass man eine Universalmaschine konstruieren kann. Eine Universalmaschine ist eine Turing-Maschine, die stark genug ist, um andere Turing-Maschinen simulieren zu können. Was soll das bedeuten? Die Idee ist folgende, wir kodieren Turing-Maschinen, M, als Wörter. Diese Wörter werde ich schreiben als Enk, wie Enkodieren, ja, von M. Und im zweiten Schritt konstruieren wir eine universelle Turing-Maschine, die man oft mit U bezeichnet, die die Kodierung einer Turing-Maschine M als Eingabe erhält und dann eine Berechnung von M simuliert. Oft erhält sie auch noch eine Eingabe von M, auch in der kodierten Version. Also das ist das, was die Universalmaschine tut. Sie tut all das, was irgendeine andere Turing-Maschine tun kann und erhält dazu die Turing-Maschine als Eingabe, die sie simulieren soll. Ein Turing-Maschinen-Simulator programmiert in Turing-Maschinen. Wenn man das so sagt, dann ist das natürlich eigentlich aus heutiger Sicht und mit Church-Turing-These überhaupt nicht überraschend. Ja, also wenn Sie sagen, Turing-Maschinen können alles, was Programme allgemein können und sind also universell in diesem Sinne, dann ist Ihnen auch schnell klar eigentlich, dass man natürlich in einer Programmiersprache auch ein Programm schreiben kann, das Programme in dieser Programmiersprache auswertet, berechnet, ja. Das ist ja nichts weiter als ein universelles Programm, ein Interpreter, wenn Sie so wollen, für Programme in der gleichen Sprache. Die Programmiersprache selbst ist die Codierung eines Algorithmus und man kann natürlich Programme schreiben, die in der Lage sind, so eine beliebige Codierung auszuwerten. Das machen wir dauernd, das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang in der Informatik. Und so war es auch schon zu Touring-Zeiten, nicht ganz, ja. Also es gab noch nicht diese technischen Möglichkeiten, die wir heute haben und es war sicherlich nicht üblich, dass Leute programmiert hatten, aber es war schon relativ klar. Und Turing selbst hat auch die Details gar nicht so richtig ausgearbeitet für diese Konstruktion. Das wurde erst Jahre später mal gemacht von irgendeinem armen Studenten, der das dann, oder Doktoranden, der sowas dann mal im Detail ausgearbeitet hat, ja. Ich glaube, Turing hat es auch nur skizziert, dass das gehen sollte. Das machen wir auch kurz. Wir skizzieren mal, wie so eine Maschine aussehen könnte. Zum einen muss man sich irgendwie überlegen, wie Turing-Maschinen kodiert werden sollten. Ja, und da habe ich hier eine relativ lange Folie mit grauen Kästen. In gewisser Weise sind die Dinge grau hinterlegt, weil ich sie für nicht so wichtig halte, ja. Ja, also vieles, was hier auf dieser Folie steht, ist vielleicht ganz interessant, sich mal anzuschauen, aber nicht ganz, nicht lebenswichtig, ja, um die Dinge zu verstehen, die ich sonst hier erzähle. Man kann Turing-Maschinen auf viele Arten kodieren. Trotzdem ist es vielleicht nicht ganz offensichtlich, wie das geht, ja. Also bei Programmiersprachen ist Ihnen das sofort klar. Die Programme, mit denen Sie arbeiten, sind natürlich schon Kodierungen. Dafür ist es ja eine Programmiersprache. Turing-Maschinen dagegen haben immer diese mathematische Definition als Sechstupel von irgendwelchen mathematischen Objekten. Und natürlich muss man sich erst mal überlegen, wie würde man die denn aufschreiben, wie würde ich das serialisieren. Also, das heißt, der Reihe nach aufschreiben. Wir verwenden natürlich irgendein Alphabet. Das ist wichtig, ja. Man muss sich, wenn man für eine bestimmte universelle Turing-Maschine Eingaben kodieren will, darauf einigen, welches Alphabet man verwenden will. Man darf auch mehr als diese Zeichen verwenden, natürlich. Aber es muss fix sein. Und insbesondere kann man nicht einfach das Alphabet nehmen der Turing-Maschine, die man da kodiert. Es kann sein, dass die Turing-Maschine, die kodiert wird, viel mehr Zeichen unterstützt, als wir tatsächlich für den Simulator zur Verfügung haben. Aber das können wir nicht ändern. Das Simulator muss sich in irgendeiner Weise vorher festlegen. Da weiß er ja noch gar nicht, welche Turing-Maschinen am Ende simuliert werden sollen. Wir verwenden also ein ganz einfaches Alphabet. 0, 1 und Raute, um es ein bisschen lesbarer zu machen. Zustände kann man irgendwie nummerieren, wenn man so eine Turing-Maschine kodieren will. Mit Startzustand Q0 und dann bis Qn nummeriere ich einfach mal durch. Und die Kodierung von dieser Zustandsmenge könnte dann zum Beispiel einfach eine Liste von binär kodierten Zahlen sein. Also ich schreibe hier BIN von 0 und dann die Raute als Trennzeichen und so weiter bis BIN von N. Das ist eine Liste von Zahlen. Ihr könnt auch nur BIN von N schreiben. Das würde auch klar genug sein, wenn ich davon ausgehe, dass ich immer fortlaufend nummeriere. Okay. Die Bewegungsrichtungen kann man sicherlich auch irgendwie kodieren. Dann nehmen Sie auch Zahlen dafür, zum Beispiel 1, 0 oder 3 oder so, wie auch immer. Und dann haben Sie drei Bewegungsrichtungen kodiert. Wenn man das einmal hat, Zustände, Bewegungsrichtungen, dann kann man Übergänge kodieren. Dass ein Übergang bei einer deterministischen Turing-Maschine, wie es hier dargestellt ist, das wird prinzipiell durch ein Fünftupel gegeben. Also was sind die Eingaben, was sind die Ausgaben. Auch bei nicht-deterministischen Turing-Maschinen würde man das so geben können. Dann hat man nur mehrere mögliche Ausgaben und nicht so ein Gleichheitszeichen hier, sondern eine Menge von diesen Dingen. Kann man aber auch als Fünftupel darstellen. Und das würde jetzt also kodiert, indem man die Binärkodierung aller dieser Teile macht. Und Sie sehen, also auch für diese Zeichen Sigma n verwende ich also die Zahl n und kodiere das. Also das heißt, auch die Alphabet-Symbole, die hier eine Rolle spielen können, nummeriere ich einfach durch und kodiere sie dann als Binärzahl. Alles klar. Gut. Die Übergangsfunktion ist dann einfach nur eine Menge voller solcher Tupel, also eine Liste, die ich in irgendeiner Reihenfolge aufschreiben kann. Und insgesamt kann man dann also wieder mit mehreren Trennzeichen, um es eindeutig zu machen, hier die verschiedenen Mengen, die man hier nutzt, kodieren und die Übergangsfunktion. Und das war's. Also so könnten Sie es zum Beispiel aufschreiben, dann hätten Sie einen langen String aus Nullen, Einsen und Rauten und das würde eine Turing-Maschine kodieren. Eine von tausenden Möglichkeiten, das zu tun. Oder ich sollte sagen, von unendlich vielen Möglichkeiten. Aber eine, die man ganz offensichtlich praktisch verarbeiten könnte. Also das könnte man auch wieder dekodieren, wenn man so aufschrieb. Passend dazu kann man auch Wörter kodieren. Das werden wir auch tun müssen. Wenn wir also die Simulation der Turing-Maschine auf einem bestimmten Wort ausführen wollen, dann kann das Wort nicht einfach so eingegeben werden, wie die Turing-Maschine, die wir simulieren, das lesen würde. Sondern wir müssen natürlich auch zur Kodierung die Zeichen nehmen, die hier verfügbar sind. Also wir würden genauso binär kodieren die Zeichen. Okay, das ist eine Möglichkeit, eine Turing-Maschine zu kodieren. Wie gesagt, die Details sind völlig unwichtig. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass jedes dieser Bestimmungsstücke sich wirklich ganz leicht in so einer Form darstellen lässt. Okay, jetzt brauchen wir den Simulator. Wie könnte der Simulator aussehen für so eine universelle oder für Turing-Maschinen, der so einen Input verarbeitet und dann darauf universell das tut, was diese Turing-Maschine tun würde, die er da in der Kodierung erhalten hat. Ja, das ist am Prinzip auch nicht sehr schwierig. Man kann sich das einfachsten als Mehrband-Turing-Maschine vorstellen. Ich werde hier trotzdem nur skizzieren, wie die Maschine arbeitet. Aber es ist auch bei der Skizze schon schön, wenn man diese Dinge ein bisschen trennt. Und man würde vier Bänder zum Beispiel verwenden. Hier habe ich also ein Eingabeband, das die Kodierung einer Maschine enthält und dann noch ein Trennzeichen und noch die Kodierung eines Eingabewortes, das wir als Eingabe für diese simulierte Maschine verwenden wollen. Dann haben wir ein Arbeitsband für U selbst. Dann haben wir ein Band nur für den Zustand der Turing-Maschine, damit man den leicht zugreifen kann. Und dann werden wir noch Band 4, ein Arbeitsband der simulierten Turing-Maschine verwenden. Also das ist sozusagen der kodierte Speicherinhalt, wie ihn die simulierte Turing-Maschine nach einer bestimmten Anzahl Schritten jeweils sehen würde. Okay. Und damit kann man jetzt die Simulation durchführen. Wie gesagt, es reicht wirklich aus, das zu skizzieren, denn die Details, wenn man es wirklich aufschreiben würde, wären doch relativ lang. Also da müssten Sie sehr viele Dinge beachten, auch allein schon, um mit einer Turing-Maschine diese Kodierung wieder zu dekodieren. Da kann man sich sparen. Ja, was könnte man, aber im Prinzip sieht man, dass es geht. U prüft natürlich die Eingabe. Das muss passieren. Man muss herausfinden, ist das überhaupt eine korrekt kodierte Turing-Maschine oder kann man das gar nicht lesen. Das kennen Sie auch von Programmiersprachen. Erstmal wird das Programm geprüft auf Syntaxfehler. Außer Sie fangen einfach nach vorne an zu interpretieren und merken den Syntaxfehler erst, wenn Sie da ankommen. Das gibt es auch. Aber gut, wir prüfen erstmal die Eingabe. Dann kopieren wir die Kodierung von W auf das Band. Ja. Das können wir einfach so übernehmen. Die ist ja schon kodiert in unserem Alphabet hier mit 0 und 1. Das wird also auf Band 4 kopiert. Anschließend wird der Kopf wieder an den Anfang geschoben für die Simulation. Das simuliert auch den Kopf der simulierten Turing-Maschine hier. Und wir beginnen mit dem Anfangszustand, die Kodierung von 0 auf Band 3 als unseren Anfangszustand. Und was passiert jetzt? Na ja, in jedem Schritt muss jetzt diese Turing-Maschine U ein kodiertes Zeichen von Band 4 lesen. Das kann einige Zeit dauern, denn wie viele Bits man benötigt, um ein Zeichen zu kodieren, das hängt ja von der Eingabe-Turing-Maschine ab. Das weiß ich also nicht. Ich lese einfach bis zum nächsten Turing-Maschine zu kodieren, das kann also viele Schritte brauchen, um ein Zeichen zu verarbeiten. Und die Information, während wir das lesen, müssen wir im Prinzip schon nach dem passenden Übergang suchen. Also den simulierten Zustand auf Band 3, den kennen wir, auch der wird binär kodiert, auch der hat viele Bits. Und wir müssen jetzt einen Übergang auf Band 1 finden, also einen kodierten Übergang, der Teil der Turing-Maschinen-Beschreibung ist, der zu diesen beiden Dingen passt. Der passt zu dem gelesenen Zeichen und der passt zu dem aktuellen Zustand. Und das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise machen, aber die Details sind ausreichend aufwendig, wenn man mal darüber nachdenkt, wie man es machen müsste. Denn man hat ja nur das aktuell gelesene Zeichen zur Verfügung und man kann auch nicht davon ausgehen, wie man es vielleicht manchmal machen würde, dass man in seinem Zustandsraum, also in dem Zustandsraum der universellen Turing-Maschine, sich diese Information über das gelesene Zeichen speichern könnte. In manchen Fällen, wenn wir Binär-Kodierungen benutzen oder solche ähnlichen Kodierungen, können wir argumentieren, die Turing-Maschine hat einfach sehr viele Zustände und für jedes gelesene Zeichen wird es dann letztlich in einen Zustand übergehen, der genau diesem Zeichen entspricht, auch wenn man viele einzelne Zeichen lesen musste, um das Gesamtzeichen zu rekonstruieren. Und wenn ich einmal in dem Zustand bin, dann weiß ich, was zu tun ist. Aber so kann es ja nicht sein. Die Turing-Maschine, die universelle Turing-Maschine hat unter Umständen viel weniger Zeichen, als die simulierte Turing-Maschine Symbole und Zustände zulässt. Und das heißt, wir können das überhaupt nicht abspeichern. Wir müssen wirklich Bit für Bit arbeiten bei dieser Suche. Und das ist also durchaus ein bisschen umständlich. Okay, aber es geht. Man kann also auf dem Eingabeband suchen, ob es da einen Übergang gibt. Wenn ein solcher Übergang gefunden wurde, dann muss man einige Kopierarbeit leisten, um den neuen Zustand zu übertragen in Band 3 und die entsprechenden Schreiboperationen auf Band 4 durchzuführen. Auch hier wieder viele Bits werden geschrieben für das neue Zeichen und anschließend wird der Kopf auf Band 4 verschoben. Auch dafür müssen wir eine längere, eine größere Anzahl an Verschiebungen durchführen, weil eben ein Zeichen viele Positionen auf dem simulierten Band ausführt. Okay, wenn der Übergang dagegen nicht gefunden wird, dann hält die universelle Turing-Maschine an der Stelle einfach an und ist fertig. Okay, gut. Gut, genug Details dafür. Also man kann eine universelle Turing-Maschine konstruieren und das ist vor allem das, was wir uns merken sollen. Und das ist an sich ja ein interessantes Konzept, ja. Auch wenn es so ein alltägliches Konstrukt ist, wenn wir mit Programmiersprachen arbeiten, ist es doch eigentlich schon faszinierend, dass das geht. Kann man in Loop auch eine universelle Loop-Maschine bauen? Die Theorie der Software. Ein bisschen großspurig, ja, aber wichtiger Satz. Es gibt eine universelle Turing-Maschine U, die für Eingaben der Form kodierter Turing-Maschine, gefolgt von kodiertem Wort, das Verhalten der deterministischen Turing-Maschine M auf dem Wort W simuliert. Und zwar wie folgt, falls M auf W hält, dann hält U auf dieser Kodierung mit genau dem gleichen Ergebnis, also Akzeptanz oder Ablehnung. Und falls M auf W nicht hält, dann hält auch U auf der Kodierung nicht. U tut also wirklich in dem strengen Sinn genau das gleiche wie M, nur eben mit der Kodierung als Eingabe. Unsere Konstruktion ist für DTMs, die Sprachen erkennen. Man kann natürlich auch Funktionen berechnen und zwar auf ähnliche Weise. Nur dann muss man natürlich damit leben, dass auch die Ausgabe kodiert ausgegeben wird und nicht genau das gleiche Ergebnis entsteht. Das geht ja nicht. Dafür müssten wir das gleiche Alphabet haben. Okay, was bringt uns das? Warum steht hier die Theorie der Software drüber? Naja, weil das wichtige Konsequenzen hat, auch für das normale praktische Leben in der Informatik. Denn zum einen bedeutet es, es gibt Universalrechner. Man kann einen Rechner herstellen, der beliebige Programme, beliebige berechenbare Algorithmen oder berechenbare Algorithmen ist kein sinnvolles Konstrukt, aber Sie wissen, was ich meine. Also beliebige Algorithmen ausführen kann und es ist möglich, so eine Maschine jetzt herzustellen, die dieses Verhalten zeigt. Also ich kann einen Universalrechner bauen und Sie wissen, wir benutzen solche Universalrechner in aller Regel, wenn wir irgendetwas machen. Praktisch für uns auch als Konsumenten, wir müssen nicht für jede neue Anwendung einen neuen Computer anschaffen. Wir müssen aber unter Umständen neue Programme kaufen und das ist die dritte praktische Konsequenz. Es gibt Software, ja. Also das heißt, ich kann ein festes Stück Hardware haben, was ein festes Eingabealphabet oder Arbeitsalphabet hat, zum Beispiel nur Nullen und Einsen oder nur Bytes, wie auch immer man das betrachten möchte. Und ich kann ganz unterschiedliche Dinge mit diesem einen Gerät machen und was das Ding tun soll, das kommt zu mir in Form von Daten als Encodierung von einem Algorithmus anstatt als neue Maschine. Und das ist eigentlich erst der wahre Übergang von der Sicht Maschine, was ja in dem Begriff Turing-Maschine noch drinsteckt und wo ich schon von Anfang an gesagt habe, das ist eigentlich ein unglücklicher Begriff, weil wir wollen Turing-Maschinen eher als Algorithmen verstehen und nicht als Computer, die man anfassen kann. Und das ist jetzt eigentlich der Übergang von diesem Maschinenbegriff zu dem Softwarebegriff, den wir eigentlich meinen und eigentlich erst die Berechtigung, das so zu nennen. Okay, also ich behaupte hier, das ist was Großartiges und Tolles und man sollte das entsprechend würdigen. Okay, ich habe Ihnen aber was ganz anderes versprochen, was ich eigentlich hier machen wollte in diesem Video und zwar war das das Halteproblem und das möchte ich natürlich auch jetzt langsam mal angehen, denn die Zeit läuft. Das Halteproblem, ein klassisches, unentscheidbares Problem. Das Halteproblem besteht in der folgenden Frage. Gegeben eine Turing-Maschine M und ein Wort W, wird M für die Eingabe W jemals anhalten? Jemals anhalten. Und Sie wissen, das ist nicht automatisch der Fall. Oder die Fähigkeit, nicht anzuhalten, hatten wir sogar bei While als ein wichtiges Feature identifiziert, was also unumgänglich ist in einem gewissen Sinne, wenn man all das schaffen können will, was Turing-Maschinen können. Okay, also es ist nicht klar, wird der Algorithmus irgendwann eine Ausgabe liefern oder läuft der für immer weiter? Das ist das Halteproblem und Sie können dieses Problem etwas formaler ausdrücken. Also die Frage hier ist ja doch recht informell ausgedrückt, aber wir können das auch als eine formale Sprache kodieren und dann die Zugehörigkeit von Wörtern in dieser Sprache als Entscheidungsproblem auffassen. Und das ist ja das, was Turing-Maschinen in der Regel tun. Ja, also wenn wir sagen, die Turing-Maschine entscheidet etwas, dann heißt es ja letztlich nur, die Turing-Maschine erhält eine Eingabe in Form eines kodierten Wortes und soll entscheiden, ob diese Eingabe akzeptiert wird oder nicht. Und die akzeptierten Wörter bilden dann die Sprache, die die Turing-Maschine definiert. Und insofern ist jedes Problem, was Turing-Maschinen lösen, eine Sprache. Diese Sprache können wir auch für das Halteproblem formulieren. Ich nenne die mal pHalt. Und das ist einfach die Menge aller Wort- oder Ausdrücke der Form Kodierung von M gefolgt von Kodierung von W, wobei M bei der Eingabe W halten würde. Okay, und dabei können diese Eng-Funktionen beliebige geeignete Kodierungen sein. Wir hatten jetzt eine vorgestellt, die könnte man zum Beispiel verwenden. Aber in der Regel ist es nicht so wichtig, wenn man nicht die völlig ausgefallene oder abstruse Kodierungen sich ausdenkt, wie genau man die Details formuliert bei solchen Sachen. Und wir werden auch gern mal eng von irgendetwas schreiben, wenn wir mit irgendeinem mathematischen Objekt arbeiten wollen, bei dem klar ist, dass das irgendwie kodiert werden kann, ohne dass wir uns vorher allzu viele Gedanken darüber machen, wie genau ein Binärformat zum Beispiel für diese Art von Objekt aussehen könnte. Das kann man auch machen, aber das ist meistens nicht so interessant. Eine wichtige Feststellung ist natürlich, wenn man etwas als Sprache kodiert, es gibt nur Ja oder Nein. Man kann nicht als Rückgabe liefern, Compile Error oder Malformed Input oder irgendeine Exception, sondern man muss Ja oder Nein liefern. Das heißt, auch wenn die Eingabe eine Form hat, die überhaupt keinen Sinn ergibt, in diesem Sinne, die zum Beispiel keine Turing-Maschine kodiert oder die eine nicht-deterministische Turing-Maschine kodiert, vielleicht, wenn wir nur deterministische akzeptieren wollen, oder die einfach nur in irgendeiner Weise Garbage ist, dann müssen wir natürlich auch entweder Ja oder Nein ausgeben und die Definition, wie ich sie hier gebe, entscheidet sich dafür, in solchen Fällen einfach Nein auszugeben. Also die Sprache enthält nur Fälle, die korrekt kodiert sind und das richtige Verhalten haben. Man kann sich aber leicht überlegen, dass die Entscheidung darüber, was man mit den falsch kodierten Inputs anstellt, eine recht unwichtige ist. Denn in der Regel ist dieser Teil des Problems entscheidbar und mit wenig Aufwand entscheidbar. Das heißt also, der Algorithmus kann leicht feststellen, ob es sich um eine richtige Kodierung handelt oder nicht und dann dementsprechend eine Entscheidung treffen, Ja oder Nein. Und man könnte auch genauso gut sich dafür entscheiden, die falsch kodierten Inputs alle zu akzeptieren. Das würde auch das Problem nicht schwerer oder leichter machen, weil dieser Teil ist lösbar. Okay, ich behaupte jetzt also, das Halteproblem ist unentscheidbar und ich möchte Ihnen das beweisen und zwar durch Intuition zuerst mal. Warum? Das ist natürlich kein echter Beweis, aber es ist trotzdem gut so anzufangen. Warum glauben wir gefühlt, dass das ein unentscheidbares Problem sein sollte? Ja, das ist die gefühlte Unentscheidbarkeit dieses Problems steht hier in Frage und tatsächlich, wenn man in der Forschung arbeitet, in der theoretischen Informatik, ist das das, womit Sie anfangen. Ja, mit Intuition, mit Gefühlen dafür, wie etwas sein sollte. Ja, weil man muss, bevor man einen konkreten Beweis anfängt, ja zumindest mal die Hypothese haben, was da beweisbar ist und das muss auch irgendwo herkommen. Okay, also warum haben wir hier das Gefühl oder sollten das Gefühl haben, dass das nicht entscheidbar ist? Naja, die Intuition, die ich Ihnen hier mal anbieten möchte, ist, das Gegenteil wäre zu schön, um wahr zu sein. Viele ungelöste Probleme der Menschheit, Fragen der Mathematik, könnte man direkt damit lösen, wenn man einen Algorithmus für das Halteproblem hätte. Wieso ist das so? Na, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen Sie die Goldbachsche Vermutung. Ein bekanntes, von seit längerem offenes Problem, ja, Christian Goldbach, 1742, sagt, dass jede gerade Zahl, die größer gleich 4 ist, sich als Summe zweier Primzahlen darstellen lässt. Zum Beispiel ist 4 gleich 2 plus 2 und 100 ist 47 plus 53. Und was Goldbach glaubte, ist, dass tatsächlich jede Zahl, sich jede gerade Zahl, sich so darstellen lässt. Und das ist weiterhin unbekannt, ob das der Fall ist oder nicht. Daran wissen Sie auch, man hat noch kein Gegenbeispiel gefunden und Sie können sich vorstellen, dass man schon relativ große Zahlen betrachtet hat, mit den heutigen Rechenmöglichkeiten. Und das ist aber eben noch kein Beweis und insofern ist das Problem offen. Was hat das mit dem Halteproblem zu tun? Naja, wir können einen interessanten Algorithmus angeben, natürlich. Und zwar, wir testen einfach die Goldbachsche Vermutung. Das heißt also, ich erkläre es Ihnen lieber so ohne die Projekte, wir testen die einfach der Reihe nach von unten nach oben. Wir schreiben also ein Programm, das sich alle geraden Zahlen nimmt. Und für jede gerade Zahl ermittelt es systematisch alle Primzahlen, die kleiner sind als diese Zahl. Und probiert systematisch alle Paare von solchen Primzahlen aus, um zu testen, ob eins davon als Summe die Zahl ergibt. Und wenn ja, dann gehen wir zur nächsten geraden Zahl und machen dort weiter. So wie ich das formuliert habe, wir testen alle Primzahlen und alle möglichen Paare und so weiter, klingt das erstmal ziemlich ineffizient. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn wir wollen diesen Algorithmus niemals laufen lassen. Wir stellen den nicht auf, um ihn zu benutzen. Wir stellen ihn trotzdem auf. Wir schreiben das als Programm auf. Der Algorithmus läuft und läuft und läuft und testet immer neu. Was macht er jetzt aber, wenn es doch passieren sollte, dass er eine gerade Zahl findet, für die keine Primzahlpaarung existiert, wie Goldbach sie vorhersagt? Na dann ist es ganz einfach. Dann haben wir ein Gegenbeispiel gefunden und wir geben aus, Goldbach hat sich geirrt. Und damit endet das Programm. Wenn wir allerdings kein Gegenbeispiel finden, dann läuft das Programm immer weiter. Wird also nicht terminieren, weil es immer neue Beispiele anschaut. Und ich hatte schon gesagt, wir wollen dieses Programm überhaupt nicht laufen lassen. Nein, was wir tun ist, wir nehmen unseren Algorithmus für das Halteproblem. Unter der Annahme, das wäre entscheidbar. Und testen einfach, ob dieser Algorithmus hält. Also ich hatte Ihnen den Algorithmus schon gerade vorgestellt. Bei Erfolg testen wir die nächste Zahl. Bei Misserfolg, wenn ein Test fehlschlägt, geben wir aus, Goldbach hat sich geirrt. Dann ist die Frage, ob dieser Algorithmus jemals hält, gleichbedeutend mit der Frage, gilt die Goldbachsche Vermutung nicht. Und wenn Sie das entscheiden können, dann können Sie also entscheiden, ob die Goldbachsche Vermutung gilt oder nicht. Und damit haben Sie dieses wichtige mathematische Problem gelöst, einfach nur dadurch, dass Sie Ihren Algorithmus laufen lassen. Was nicht heißen soll, dass man nicht wichtige mathematische Probleme lösen können darf, indem man einfach einen Algorithmus laufen lässt. Mag sein, aber das ist schon eines der schwierigeren mathematischen Probleme und das scheint doch ein bisschen weit hergeholt, dass das gehen kann. Okay, das ist natürlich überhaupt kein Beweis für irgendwas, aber es gibt uns vielleicht schon mal ein Gefühl, was Halten für eine Macht hat. Wir können schlecht programmierte Software schreiben, deren Nicht-Halten oder Halten eine wichtige Information liefert. Und dann testen wir einfach, was unser Halteorakel uns vorhersagt bezüglich dieses Programms und können damit Probleme lösen. Das wäre schon was. Okay, kleine Abschweifung. Ist die Goldbachsche Vermutung entscheidbar? Das ist was, was ich normalerweise natürlich gern als Frage in die Runde stelle. Sie dürfen kurz darüber nachdenken. Das ist ja eine Wiederholung der Begriffe. Was heißt eigentlich Entscheidbarkeit? Und was folgt aus dieser Definition? Was soll es überhaupt bedeuten, was ich hier schreibe? Und dann, was ist die Antwort? Ja oder nein? Okay, wie gesagt, halten Sie gern das Video an, wenn Sie noch ein bisschen grübeln wollen. Ich verrate es. Und zwar, die Goldbachsche Vermutung ist natürlich entscheidbar. Also, wie könnte ich das formalisieren? Ja, erstmal natürlich ist Entscheidbarkeit eine Eigenschaft von Sprachen und nicht von Vermutungen von irgendjemandem. Ich könnte aber sagen, ich definiere mir die Sprache, die alle wahren Sätze enthält, die die Form haben, die Goldbachsche Vermutung stimmt. Ich möchte jetzt, also, diese Sprache soll also genau entweder das eine Wort, den einen Satz enthalten, die Goldbachsche Vermutung stimmt, oder leer sein. Das ist die, das definiere ich. Mathematisch kann ich das ja definieren, ja. Also, die Sprache enthält diesen Satz genau dann, wenn die Goldbachsche Vermutung zutrifft. Okay. Und dann ist die Frage, ist diese Sprache entscheidbar? Und, ja, ich behaupte, das geht. Und ich hoffe, Sie sehen auch, dass es geht. Denn es ist natürlich so, dass Entscheidbarkeit einfach bedeutet, es gibt einen Algorithmus, der das Richtige tut, ja. Jetzt sind das wieder zwei Möglichkeiten, ja. Entweder ist die Sprache leer, wenn die Goldbachsche Vermutung falsch ist, dann enthält sie diesen Satz nicht, weil er kein wahrer Satz ist. Oder die Sprache enthält diesen einen Satz. In jedem der beiden Fälle gibt es offenbar einen Algorithmus, ja. Also, einen Algorithmus, der die leere Sprache akzeptiert, den können Sie sofort aufschreiben. Und einen Algorithmus, der nur das eine Wort, die Goldbachsche Vermutung stimmt, akzeptiert, das können Sie auch aufschreiben. Also, in jedem Fall findet man einen Algorithmus. Das ist ganz einfach. Es liegt also hier einer der Fälle vor, in denen wir einfach nicht wissen, was das Ergebnis ist. Wir wissen nicht, welcher Algorithmus korrekt ist, aber offenbar gibt es einen. Okay, gut. Machen wir mal einen richtigen Beweis, ja. Halteproblem ist unentscheidbar. Durch Diagonalisierung. Also, Sie werden das vielleicht nicht gleich wiedererkennen, dass wir hier diagonalisieren, aber die Idee ist ganz ähnlich wie bei dem, was Cantor schon vor vielen Jahren sich erdacht hat. Wir zeigen, dass das Halteproblem unentscheidbar ist, indem wir annehmen, dass es doch entscheidbar ist, so wie Cantor angenommen hat, dass man alle realen Zahlen auflisten kann, zum Beispiel in einer abzählbaren Menge. Und dann zeigen wir, dass es unter dieser Annahme einen Fall gibt, in unserem Fall eine Turing-Maschine, für die unser angenommener Entscheidungsalgorithmus nicht funktioniert. Genau wie Cantor gezeigt hat, dass es eine Zahl gibt oder eine, wir hatten es bei Patenzmengen gemacht, ja, eine Teilmenge gibt, die nicht in dieser Aufzählung vorkommt. Das ist, und das ist ähnlich gelagert, Sie werden sehen. Okay, also Beweis per Widerspruch, wir nehmen an, dass es einen Entscheider H für das Halteproblem gibt. Das ist unser magischer Algorithmus, der kann das Halteproblem klären. Und dieser Haltealgorithmus ist natürlich sehr ausdruckssteig, ja, der kann also ein schweres Problem lösen, und der ist trotzdem natürlich, wenn er existiert, endlich. Ein Algorithmus ist immer endlich. Das ist also irgendeine Art von Library, ja, die können Sie jetzt einbinden in Ihre Programmierung. Das ist also, das hat eine Funktion und die sagt, ob was hält oder nicht, bei einem bestimmten Input. Okay, dann kann man eine Turing-Maschine D, wie Diagonalisierung, konstruieren, die folgendes tut. Zunächst einmal prüfen wir, ob die Eingabe eine Turing-Maschinen-Codierung ist. Wir wollen also mit Eingaben arbeiten, die Turing-Maschinen codieren. Die anderen interessieren uns nicht. Anschließend simulieren wir H auf der Eingabe, oh, was ist das für eine seltsame Eingabe? Das ist die Codierung von M, gefolgt von der Codierung von der Codierung von M. Puh, ja, also wer Bash programmiert, der kennt solche Double Escapes zur Genüge, aber auch sonst haben Sie es vielleicht schon mal gesehen, ja, was wir hier machen ist, wir codieren also die Turing-Maschine zweimal. Das heißt also, was wir im Prinzip tun, ist, wir fragen den Algorithmus H, ob die Turing-Maschine M, die hier mit Enk M angegeben ist, halten wird auf dem Input, der hier mit Enk von irgendwas angegeben ist. Was ist dieser Input? Der Input ist Enk M. Das heißt also, wir prüfen mit H, ob M auf der Codierung, auf der Enkodierung von M halten wird. Wir nehmen also eine ganz bestimmte Turing-Maschine M und geben ihr ein ganz bestimmtes Wort, ein Wort, was für M spezifisch ist. Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich wichtig ist. Dieses Wort ist einzigartig und ist speziell für M. Wir haben dieses Paar einfach ermittelt, ja. Und falls ja, falls das also ja zurückgibt, was heißt das, wenn H ja zurückgibt? Das heißt, die Turing-Maschine hält bei dieser Codierung. Dann gehen wir in eine Endlosschleife. Das ist einfach, sie gehen einfach in den Zustand, von dem aus man eine kleine Schleife hat in den Übergängen und dann passiert nichts mehr. Das wird nie halten, die Turing-Maschine läuft immer weiter. Falls H dagegen Nein zurückgibt, also sagt, dass diese Codierte Turing-Maschine nicht anhalten wird, dann hält die Turing-Maschine D und akzeptiert. Also die Turing-Maschine verhält sich also etwas seltsam. Sie nimmt Codierte Turing-Maschinen als Eingabe, prüft dann, ob diese Turing-Maschinen bei einer bestimmten Eingabe, die man ihnen gibt, halten würden. Und wird dann entsprechend sich verhalten. Und zwar so, dass wenn die Turing-Maschine hält, sie selbst nicht halten. Und wenn die Turing-Maschine nicht hält, dann halten sie. Und Sie sehen schon, wir legen hier ein kleines Paradox an, was dann auch uns jetzt gleich helfen wird, den Widerspruch abzuschließen. Und zwar ist es natürlich so, dass diese Turing-Maschine D, da sie ja selbst eine Turing-Maschine ist, auch für die eigene Codierung irgendetwas tun muss. Und die Frage ist natürlich, was tut sie, wenn sie die Codierung ihrer selbst enthält, erhält als Eingabe? Und na gut, dann wird sie prüfen, ob sie selbst auf der Codierung ihrer selbst hält, mit H. Und falls sie selbst hält, dann geht sie in eine Entlusschleife und hält nicht. Falls sie nicht hält, dann hält sie und akzeptiert. Und ja, das ist offensichtlich Paradox. Das kann nicht sein. D hält und akzeptiert, genau dann, wenn D nicht hält. Damit haben sie den Widerspruch. Und Sie sehen, was ich erzählt habe, ist Quatsch. Ich habe behauptet, dass die genaue Form des Wortes keine große Rolle spielt hier. Das tut sie natürlich doch in dem Fall so, wie wir das hier gemacht haben. Ist es wichtig, dass es die Codierung der Maschine ist. Nur eine Codierungsebene tiefer sozusagen. Okay. Gut, das ist also ein schöner kleiner Widerspruchsbeweis. Man kann sich den auch so vorstellen, dass man einfach H deshalb nicht haben kann. Also dieses Haldeorakel, was uns vorhersagt, wer hält. Weil man diese Vorhersage in einem Programm selbst treffen kann. Und anschließend kann das Programm sich ja entscheiden, genau das Gegenteil zu tun. Also das Orakel zu widerlegen. Und das darf natürlich nicht sein. Und sobald ich aber annehme, dass das Orakel selbst endlich ist und eine Ausgabe nach endlicher Zeit garantiert produziert, habe ich die Möglichkeit, mich dann extra nicht so zu verhalten. Und das ist das, was hier an der Stelle den Widerspruch auslöst. Das macht Verratungs. Okay. Gut. Das ist also ein Beweis durch Diagonalisierung. Ich will Ihnen noch einen zweiten Beweis antragen. Und zwar Beweis durch Reduktion. Und das ist auch eine ganz interessante Technik, über die wir dann im nächsten Video mal noch ein bisschen mehr erzählen werden. Satz, das Halteproblem P, Halt ist unentscheidbar die dritte Beweis durch Reduktion. Nehmen wir wieder an, das Halteproblem wäre entscheidbar und führen das zum Widerspruch. Dann könnten wir mit diesem entscheidbaren Halteproblem interessante Dinge tun. Ich hatte schon gesagt, man könnte zum Beispiel die Goldbarsche Vermutung klären. Das ist vielleicht unintuitiv, dass es gehen soll, aber es ist natürlich kein Beweis. Daraus ergibt sich kein Problem. Vielleicht können wir aber noch andere interessante Dinge tun, mithilfe des entscheidenden Halteproblems und andere Probleme lösen, von denen wir vielleicht sicherer sind, dass man sie nicht so leicht lösen kann. Und dafür habe ich hier einen ganz interessanten Algorithmus. Ein Algorithmus. Eingabe, eine binärkodierte natürliche Zahl k. Was tut der Algorithmus? Er iteriert über alle Turing-Maschinen m mit k Zuständen. Das kann man in irgendeiner systematischen Art und Weise tun. Das ist nicht allzu schwer. Und wir betrachten dabei nur das Arbeitsalphabet x und blank. Und jetzt sollten Sie ein bisschen Déjà-vu haben. x und blank, das hatten wir doch schon mal an irgendeiner Stelle benutzt in einem der letzten Videos. Was tun wir dann, wenn wir so eine Turing-Maschine haben? Also ich rücke jetzt hier ein. Das soll heißen, ich bin jetzt in dieser Schleife. Für eine solche Turing-Maschine m mit k Zuständen über diesem Alphabet, entscheiden wir zunächst, ob m bei leerer Eingabe epsilon hält. Das ist möglich, da ja das Halteproblem entscheidbar ist. Also wir haben unsere Halteorakel und dem übergeben wir einfach diese Turing-Maschine und dadurch wissen wir, ob sie halten wird. Falls sie hält, dann simulieren wir die Maschine auf der Lerneingabe und zählen nach der Terminierung, die ja irgendwann stattfinden muss, wie viele x auf dem Band geschrieben worden sind. Das ist möglich, weil es universelle Turing-Maschinen gibt. Ja, also ich kann eine beliebige Turing-Maschine simulieren und das tun, was sie tut. Gut, ganz so universell müsste es hier gar nicht sein. Wir wissen ja zum Beispiel, welches Bandalphabet wir benutzen oder Arbeitsalphabet wir benutzen. Das heißt, diese Codierung kann man schon deutlich einfacher machen, wenn man will. Was geben wir aus? Naja, die maximale Zahl der geschriebenen x. Okay, und jetzt sehen Sie, dieser Algorithmus ist hochinteressant, nämlich deshalb, weil es ihn nicht geben kann. Ja, das wäre ja ein Algorithmus, der die Busy-Beaver-Funktion berechnet. Die hatten wir vor ein paar Videos besprochen und wir haben gelernt, dass diese Funktion nicht berechenbar ist. Mit diesem Algorithmus dagegen würde es gehen. Wenn man nur wüsste, welche der Turing-Maschinen halten, einer bestimmten Größe, dann könnte man die restlichen einfach simulieren. Und dann wäre Busy-Beaver für Turing-Maschinen allgemein genauso leicht, in gewisser Weise, wie es für Loop-Programme war. Wenn man weiß, dass etwas hält, dann braucht man nur noch alle Fälle durchschauen und sich den Größten merken. Okay, also Sie sehen, auch das ein zweiter und auch wieder ein harter Beweis für die Unentscheidbarkeit. Also das ist jetzt keine Intuition, sondern jetzt haben wir wirklich was gemacht, von dem wir wissen, dass es nicht machbar sein darf. Also das ist eine Reduktion eines unentscheidbaren oder in dem Fall unberechenbaren Problems auf das halte Probleme. Also wir haben gezeigt, dass wenn das Halteproblem lösbar ist, dass dann auch andere Dinge, die wir schon als nicht lösbar erkannt haben, lösbar werden müssten. Okay, und das darf natürlich nicht sein. Okay, beim nächsten Mal werde ich noch mehr über diese Technik des Beweisens und des Vergleichens von Problemen reden, indem wir ein bisschen mehr über Reduktionen sprechen. Da kann man auch viele interessante Dinge mitmachen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss.